So, nächste Folge. Hallo und Willkommen zu Part 3 von Session 2. Also insgesamt Part 6. Und ich bin hier mal wieder nicht allein. Ich hab hier nämlich meinen schönen Chauffeur. Und der Chauffeur? Der Chauffeur heißt... Jan. Welche Richtung? Ich würde mal sagen, äh, Holmans Island. Alter, wie viele Wagen... Warte, ich will den schwarzen Wagen... Ach nee, der ist nicht so schnell. Ist das schlimm? Ja. Was findest du besser? Tarnung oder Schnelligkeit? Nur Schnelligkeit. Manchmal denke ich eher auf Tarnung setzen. Oh mein Gott, fahren wir mal wieder schneller. Wenn wir in der Militärberge ein Auto finden, nehmen wir das. Weil die sind weiß... Nein, die sind schwarz, grüß und... Die sind grau. Und auch hier sitzt ein Auto, der hat 10 Sitze. Welcome to the military race. Ja. Schon bemerkt, wie weit die Zombies fliegen? Ne, ich guck da gar nicht hin. Hier Auto versteckt. Licht aus. Mit der Sportshop rein. Achtung, dass hier kein Spieler ist. Auf jeden Fall sollte da irgendwo ein Spieler sein. Der heißt... Schirurgie... Äh... ... 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 für mich? Nein, für diesen Zombie. Für mich auch nicht. Ne, du bist mir dazu unwertvoll. Meine Erholz... ... ne, du bist mir einfach nicht töten. Ne, du bist mir einfach nicht... ... ne, du bist mir einfach nicht tüten. Ne, du bist mir ganz klar nicht... ... du wirst mir... ... was ich ergstern. Bist du da im Turm? Ja. Gut, sonst wärst du schon fast kopflos. Was meinst du mit kopflos? Ich kann sehr gut zielen mit der Sportshop. Da ist ein Spieler. Wo? Ich snipe ihn weg. Turm. In welchen? In dem, wo ich ihn schieße. In welchen? Zu welchen schießt du hin? Ach so, da hinten. Hast du geschossen? Ja. Massen töten. Ähm. Ja. Kommst du klar? Der Typ Alter. Ja. Hast du gesehen, wo der Zombie geflogen ist? Ne. Mach dir mal die Kreistaktik. Soll, da umfliegt einer. Ich seh sie nicht. Hörte ihn doch mal. Ah ne, das sind Zombies, die da umfliegen. Ja, ich, das fliegen da. Es regnet, es regnet. Da ist der Spieler. Und ein Autofahrer. So, tot. Er hat, sein Auto hat sich über... Er ist tot. Jan. Hm? Ich hab den Autofahrer getötet. Ich verfolge noch in den. Minder, wo er, wo er hin? Ich komm mit dem blauen Auto. Jan, wo ist er? Ich hab Schüsse gehört. Ich schieß ihn mal ab. Ich seh dich. Der hat eh keine Chance mehr. Ich hab ihn noch mal gehittet. Noch mal. Noch mal. Der ist der nicht umgefallen. Oh, der hat überlegt der Magazin. Wißt du das? Ja. Willst du ein Stein? Sehr schön. Mein Fadenkreuz. Boah. Und aufwann, wenn ich ihn nicht aus Versehen überfahre? Ich hab mich ganz fast selber überfahren. Ich hab sieben Schuss schon mal für die. Na, Blin? Ich hab sieben, ja. Die netten. Militär West. Ich geh mal auf den Sniperpunkt, ne? Welchen? So. Alphabeta, Delta oder Gamma. Gamma. Okay. Von dem Hauptschul. Wir sind natürlich, wir sind, wir sind übergut in der Hauptschule. Wir gehen nämlich schon in die achte Klasse. Ja. Genau das machen. Genau so. Nicht anders. Genau so. Ah ja, ich hab mir übrigens hier Blut ausgeschaltet, weil damit sie jugendfrei ist. Macht Sinn? Ich geh mal in den Sniperturm Alpha. Der ist gegenüber von Gamma. Anziehen. Das ist doch nice aus, ne? Ja, von hier aus haben wir alles im Blick. Ich kann jetzt mal in den Snipern. Hey, ich seh dich. Soll ich ihn mal rauskriegen? Da unten sehe ich schon die Zornbühne. Ich pass mal auf, ich pass mal ein bisschen auf den Firetruck auf. Alphabeta, Gamma. Delta, Delta. Zadustrium. Oh, hallo. Tag. Ich hab extra daneben geschossen. Ui. Scheiße, Knochenrohau. Schaffst du den? Nö. Nein? Ne. Bin tot. Weißt du? Ja, ja. Ich wäre tot, wenn du mir das glauben würdest. Ich bin tot. Geil. Aber, äh, lass mich ran, was mir nicht glaubt. Nein, ich würde dir nicht glauben, weil ich gerade auf dich ziele, ich würde aufpassen an deiner Stelle. Wer schießt dere, wer schießt, wer schießt. Wir, 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 wir sind doch Freunde, wir töten uns nicht. Jo, 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 jo. Siehst du den Songbier unter dir? Siehst du den Songbier unter dir? Nein. Nein. Wui, der ist aber auch ein bisschen wie du geflogen. Alpha Beta, Gamma, Delta. Delta, Delta. Alpha Beta, Gamma Delta. Eines Tages stirb ich an Radioaktivität wahrscheinlich. Das ist ja so. Äh, der hat einen Helm gedobt. Oh, ne. Meiner? Nein, das war ein Zombie-Kopf. Hup! Hup! Oh, der Zombie möchte das neue. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Oh, wie süß! Oh, wie süß! Oh, wie süß! Okay, da kommt der, da kommen jetzt alle so ein bisschen weg von da. Oh, wo ist der Gründe Hulk? Wo ist der Hulk-Zombie? Wow! Wow! Ich betreibe Leichenschändungen. Wir haben hier schon so viele. Wir haben hier schon zu verhafteten. Zehn Minuten spiel mal gleich. Ich spiel mal. Ich spiel mal. So noch auf, ja. Und vielleicht sollte ich meinen Timer einsetzen. Ach ne, ich hab ja umnächst die Aufnahmeseit. Wer läuft hier? Werde mich hier nicht zum Paranoid, du weißt, du bist ein Paranoid, 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 Menschen. Und was liegt da, als was schwarz ist, ein Militär-Nach. Kack-Waffe. Kettensäge ist die beste OE-Waffe im Nahkampf. So. Und von weiter? Also, Fernkampf? Äh, keine Ahnung. Hi! Genau, zwischen die Augen. Einer von uns drückt jetzt außersehen ab. Außersehen? Kann sein. Das wäre dann ein bisschen kacke. Ja, ein Link von dir. Du blutest nicht? Verraten mal. Du blutest. Ich habe dressing. Falsch geraten. Guck dir, wird die Sanktionen. Warte. Guck mal, guck mal, guck mal jetzt. Guck dir diese Aktion an. Zombie, guck mal her. Guck jetzt. Uff, siebte Minution. Was war das? jetzt kann ich den Ressinger langsam benötigen 40 39 hier liegt hier acht Blut ist 35 37 38 37 über 90 das war ich habe nur noch 20 AP ja du könntest mein Dressing gebrauchen dann gehen wir jetzt zu Holmant Island ja aber jetzt aber ich würde sagen das macht man dann so in der nächsten Folge als Cliffhanger als Cliffhanger Tiro und Justins Freude und Bye ja und willkommen bis gleich in Folge 4